Hier ist zudem komisch werde ich nicht. Ich hab's nicht zugemacht. Mann! Mann! Nein! Ah, ha, ha. Hallo ja, liebes Seidens. Willkommen hier zu einem freizumrunden Teil GTA Online Asian Autoren Parkour. Und wir sind hier am Start mit dem den her. Hallo, hallo, dein Junge. Und den beiden Loser aus. Ja, ich hab jetzt wieder ein Parkour-Moot. Es ist ein Parkour, wenn das Asian-Packour ist, dann ist das Parkour, in deutsch ist das Parkour, aber asiatisch Parkour und falls ihr die Map aufspielen wollt schaut bei den Losers vorbei, Link in der Beschreibung, denn Marvin macht sich immer die Mühe die Maps rauszusuchen und deswegen haben die die auch in der Beschreibung. So schaut's aus. Da könnt ihr die mit euren... Ich hab's überstaut und bin trotzdem so weit hinten. Oh Gott! Nico, ich dachte ich... Ja, ich bin der Einzige, der's geschafft hat. Ich hab schön gewartet hinter euch. Geil-O-Maticum. Alle sind hier. Alle! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht das geil aus. Alter, ich seh den Anu, wie er vorne präscht. Kranker Sack. Mann, ich hab kein Radio anders nervt mich. Ich will kein Radio haben. Ey, wie gackt ist das? Oh nein, ich hab schon wieder verkackt. Ah. Oh Mann. Oh shit! Ich bin an dem Punkt vorbei. TRI-HARLE! Fuck! Ich wusste, dass du zündest, Alter. Ich hab's schon gerochen. Yo! Was ist das für ne Map? Alter! Elender. Ich mach extra nichts. Grüß dich. Ich wusste, dass du Insta drückst. Wie bisschen da bin ich denn? Ich wusste es. Deswegen haben wir beide Insta gedrückt. Ey, das ist grad ein Duell zwischen Käfen... Lassen Sie mich zufrieden! Oh shit! Oh shit! Leute, ich weiß ja gar nicht, was mit euch los ist. Oh shit! Wo seid ihr denn? Was macht ihr denn da? Shit, 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 shit! Seid ihr nur auch am Chillen hier, oder? Ich hab die Pumpe schon wieder und ich bekomme... Lassen Sie mich in Ruhe! Alright. Please! Mhm. Hey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Lassen Sie mich in Ruhe! Das ist doch alles so easy eigentlich gewesen! Nein! Deko! Deko! Alter, wie hast du denn die Reifen zerschossen? Nein, immer noch! Die ganze Zeit schieß ich doch! Wenn du mit Habtbomb umher wirst, dann schieße ich Reifen. Hä? Und Schottel. Mabossa! Ich überrunde dich gerade! Was ist los mit euch? Mabossa ist schlecht, Alter! Ohne Spaß! In diesem Moment hab ich Mabossa überrundet! Was? Es ist keine zwei Minuten vorbei, ich hab mich schon überrundet! Oh Mann! Das glaub ich nicht! Doch! Ohne Spaß! Das glaub ich nicht! Ey, ich komm wieder, Dena! Diese Schmach bleibt nicht aufhissen! Hast du Deko geschafft? So, Maschinengewehr rausgeholt! Wow! Was ist das denn? Jawoll! Und? An Deko vorbeigezogen! Was zum Henker? Yes! Nein! Oh! Komm schon! Ich bin auf dem richtigen drauf doch! Mabossi! 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 Wow! Ich hab den Punkt nicht bekommen! Deko, wo bist du? Da! Arsch! Ja, ich wollte mich nicht über... Ist das ein Hacker? Sowas dulden wir hier nicht! Das war so geil, Alter! Das war so geil! Richtig, Alter! Was ist mit dir los? Das war so geil! Hey, was ist mit dir los? Fahri, du war richtig, Mensch! Der fährt einfach auf dem Fußboden lang! Ist das ein... Nein, nein, nein! Du hast auch nur annähernden Unterschied mal! Die Feuchte! Das macht einen Unterschied! Das macht einen Unterschied sag ich dir! Oh mein Gott! Was habt ihr denn alle für'n Vorsprung? Den hast du gleich im Ziel! Ey, bei der Ziel! Was? Ich weiß auch nicht! Ich weiß auch nicht! Die war doch voll easy! Man musste gar nicht... Ja schon! Aber wieso so schnell? Ich bin auch gleich im Ziel! Aber das dauert noch einen Moment! Ja, weil wir uns hier alle mies gebitcht haben! Also, beziehungsweise wir beide! Ja, stimmt! Marvin war eh keine Konkurrenz! Ja, ich hab mich noch mit Marvin gebitcht am Ende! Was ist mit Marvin los, Alter? Marvin dreht einsam, versucht er sein Looping zu fahren! Das war echt peinlich! Aber wieso kannst du das nicht Marvin, Alter? Nein, ich hab hier Warratt die ganze Zeit verkackt! Shit! Jetzt schaffst du Warratt beim ersten Mal gerade, ne? Oh oh! Ja, deswegen! Irgendwas stimmt hier nicht! Ich wurde zu krass beeinflusst! Wurde verhext! Ja! Zack! Verhext! Ey, please! Ja, hab ich nicht! Nein, ich bin nur im Hin und Her! What?! Marvin, was macht der Kuss? Was macht da denn? Wie kann man da verkacken? Guckt euch den mal Bosse an! Wie kann man da verkacken? Hä? Da waren zwei Bodenwellen und ich bin bei beiden mies durch die Gegend gespuckt! Guck dir den an, Alter! Wie eine Schnecke tümpelt der da lang! Hä? Was machst du? Ja, ich wollte doch schnell den mal Bosse anmachen! Schnell! Hä? Nein! Was machst du? Was machst du? Nicht mehr geschafft! Und den konnte auch nicht beendet! Ich wollte doch schnell den mal Bosse anmachen! Leute, das war so geil! Wir sehen uns bei der zweiten Map! Ich hoffe euch gefällt es bisher! Also wir sehen uns gleich in einer Sekunde! Bis gleich! Und wir haben endlich mal eine andere Map! Ah, es geht schon los! Was? Ja? Entschuldigung! Der Dena ist auch mit am Start! Yo! Hey, was ist denn da los? Hallo, Dena! Hallo! Was ist da los? Na, geht's euch gut, Kinder? Der Dena! Das ist jetzt das zweite Rennen, ne? Ja! Das ist das zweite Rennen! Wir haben die Sanchez genommen! Guck dir den AFK-Boy an! Nein! Ja! Was hast du die ganze Zeit gemacht? Die ist das fies von Dena! Hast du Süßigkeiten gegessen, oder? Ja! Ja! Habe ich überhaupt ne Chance mit dem Motorhaut? Ja! Sanchez ist langsamer! Ja! Aber ich hab gesehen, da ist so ein bisschen... Oh! Deswegen... Oh! Wollte ich eine, die sowas kann! Scheiße! No! Ich klau mir gleich ne Sanchez von euch! Das mach ich! Also gerade geht's eigentlich? Deko Frieden, diese Folge? Ja, das geht's noch... Was zum Fick? Deko, diese Folge Frieden? Ey, das... Zerstört euch! Ja gerne, ich hab genug Krieg gehabt! Obwohl ne... Ja, wir hatten viel Krieg in der letzten Zeit! Ey! Ey, ich hab nichts gemacht! Ey, seriously, du hast mich gerammt! Ich hab nichts gemacht! Du bist hier runtergegritscht! Serious! Ey! Hallo! Du hast mich gerammt! Nein! Ich bin auch nur da gekriegt! Und es war nirgendwo ein Savepoint! Oh, Mann! Ich muss alles normal machen! Ich war erster! Alter, ich muss auch alles normal machen! So viel zu den Frieden mit dem Käpt! So viel ist das wert, ey! Ich hab nichts gemacht, Alter! Auf dich zu beschweren! Nein! Er knallt nicht einfach ab! Deko, ich hab nichts gemacht! Bei einer Parkour-Map! Ich hab gebremst! Das ist ne Parkour-Map! Das ist doch keine Parkour-Map! Das ist ne Parkour-Map! Das ist ne Parkour-Map! Das hätte ich ja niemals gedacht von Dena! Ich dachte, das wäre Deko! Deko, ich sag doch! Ich hab dich nicht gerammt und du bist da jetzt selber runtergefallen! Nein, diesmal bin ich selber runtergefallen! Eben grad hast du mich gerammt! Nein! Wirklich nicht! Das sind dann doch so schwere Sachen, oder wie? Ich hab... Au! Ja, vor allem gibt es einfach keinen Savepoint! Das ist das Problem! Nein! Was, Dena ist erster? Nein! Ich bin letzter! Ich bin letzter! Ich hab den Wegpunkt und bin erster! Ja, Mann! Aua! So, gefällt mir das! Wie viele Runden haben wir hier auf der Parkour-Map? Zwei! Uh! Muss ich mich beeilen! Beeilen! Ich würd sagen, den ersten darf er immer abfallen! Hey! Wo ist meiner da? Lolololololol! Fahr hoch, Junge! Hä, was ist das denn? Oh, Mann! Ich krieg gar nichts hin! Achso! Alter! Wie kacke ist denn der Respawn-Punkt hier! Man respawnt da richtig auf der Kante! Uh! Das kann nicht wahr sein, Alter! Ich war erster und jetzt bin ich letzter und komm mir nicht mehr auf die überhaupt irgendwo voran! Yeah! Ich komm in am Start! Runde zwei! Was? Ja! Äh, wer hat's noch geschafft? Niemand! Oh Gott! Ich hätte Bock, den Deko jetzt wegzuknallen! Nee, Deko hab, ich hab mit ihm einen Friedenspack in dieser Folge! Warum? Ich hab nichts getan, ey! Hauptsache, man brauchst halt mich erstmal wegknallen, ey! Hä? Was ist denn hier los? Mann! Da geh fest! Aber der Deko ist doch heute friedlich, oder nicht? Ey, ganz ehrlich! Ich hab hier am Anfang schon verkackt! Warum? Du bist doch gerade noch neben mir gewesen! Ja, aber mein Startpunkt... Wer hat's geschafft? Wer hat's geschafft da immer? Ich hab's noch geschafft! Ah, der Deko ist das! Aber Marvin war gerade noch neben mir! Ja, wie gesagt, mein Startpunkt hat gebackt! Ja, ich sag doch, da backt man... LOL! So ein scheiß Opa hat sich von mir in den Weg gestellt! Oh yeah! Ey! Nein! Oh Mann, ich war so gut unterwegs! Don't be hatin! Don't be hatin! Don't be hatin! Wieso bin ich denn so scheiße jetzt? LOL! So! Also machen wir echt ohne Abknallen? Ohne Abknallen! Es ist eine Parkour-Map! Parkour! Oh, ich vergatt! Ey! Die Strafe folgt aufm Fuß, weil ich halt davor Deko abgeschossen... Dena, hier vorne liegt eine Sanchez! Ja, die wollte ich mir eigentlich nehmen! Deswegen hab ich ihn ja abgeschossen! Hammer! So, warte mal! Dena, du hast meine Erlaubnis, die beiden abzuschießen! Nein, hast du nicht! Deine Erlaubnis! Hauptsache Kev kann dir welche Erlaubnissen geben! Ich bin eine Runde hinter euch! Hallo! Du werd' ich abgeschossen! Hey! Hat er euch abgeschossen? Nein! Ey! Ich wurde auch abgeschossen! Marvin! Guck dir diesen unfair Player! Ey! Ey, seriously Marvin? Ich hab' den unfair Player an! Oh ja, Mann! Marvin, ich hab' jeglichen Respekt vor dir verloren, Alter! Ey, das sah euch so spannend aus! Da wollte ich ein bisschen nachhelfen! Ey, ohne Witz! Wir sagen sogar noch! Ey, guck dir den! Als wenn das irgendwas bedeutet! Ey, und Marvin pümmelt jetzt wiederum, ne? Aber das ist genau das richtige Wort! Pümmelt wiederum, Alter! Also ich weiß, dass ich dadurch das jetzt auch nicht schaffen werde! Ich versuche immer nur bei Kev zu sein, damit er mit in die Luft gesprengt wird! Marvin! Wehe, Alter! Mann! Mann! Hör auf, Alter! Mann! Ich mache nichts! Nein, aber Deko schießt hier gerade rum! Auf mein Wort kannst du zählen, Alter! Ihr habt nichts getan! Ich treff euch nicht mal! Diese scheiß Lenkraketenwerfer geht mir so auf den Sack, ey! Oh, LOL! Fuck it! Ey, nur wegen Marvin, Alter, ne? Ich hasse dich, wirklich! Beste Freundschaft gekündigt, Alter! Zehn Jahre beste Freunde! Einmal GTA Parkour, was Falsches gemacht! Freundschaft! Nein, ich hätte es schaffen können! Und dann wollte ich runter! Das war so Karma, Alter! Das war so Karma! Ey! Ohne Witz, Alter! Ich hab heute so richtig Karma-Pech! Oh, Mann! Wie das ist? In 10 Jahren beste Freundschaft! Einmal Parkour-Map betrogen! Macht das nie mit Freunden! Oh, ich hätte es nicht... Freundschaft beendet, Alter! Freundschaft beendet! Ey! Ich wollte gerade irgendwas fragen, jetzt ist mir die Frage... Achso, ab welchem Level gibt's den... Lenkraketen... Also den Raketen... 100! 100, oder? Oder 90, oder so? Also Deko ist jetzt wahrscheinlich... Also ich kann die noch nicht kaufen und ich bin ja 70! Der ist immer noch keine Runde? Jaaa! Was denn los? Was? Ich weiß nicht, ich fall immer hier vorne gleich runter! Na, vielleicht ist auch die Sanchez gar nicht so schlecht! Hey! Schon wie er war! Ich drehe da! Ich muss mich, Alter! Ey! Jedes Mann an dieser gleichen Kackstelle! Dieser blöde Container! Der drückt mich runter! Ey, Mann! Ey! Ich hab mich gerade gefühlt wie dieser Feuerteufel! Willst du Deko beschwer' dich denn? Ich hab dich zu... Mann! Mann! Nein! Ich bin da runtergefallen! Genau da fall' ich die ganze Zeit runter, Marvin! Genau da! Oh, Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Der Deko ist jetzt schon geschafft als erster! Deko ist zum Ziel! Was? Wirklich? Ja, das Ziel ist hier schon! Ja, fahr rein! Oh, das kann nicht wahr sein! Ist das dein erstes? Ey, der Druck ist gerade zu groß und der ganze Hass, der gebührt einfach nur Marvin, Alter! Was? Komm auf die dunkle... Wir waren perfekt im Lauf! Es war nur wegen Marvin! Komm auf die dunkle Seite der Macht! Ist dir klar, dass jetzt Dena uns auch überholt hat? Nein! Ich bin immer noch fast da! Hallo Deko! Ich bin da vorne! Tun sie nur Marvin an! Mein Strenkraketenwerfer geht mir so auf den Sack! Ich geh jetzt einfach ins Ziel und dann kann ich euch zugucken! Tschüss! Ey! Ich komm mal wieder hin! Mir geht's Marvin einfach nur auf den Piss, Alter! Ey, du legst mich so auf! Ich bin völlig außer Form jetzt! Was? Du erzählst doch wieder Schmarrn hier! Hier zum Beispiel! Hier fall ich jedes Mal runter wegen dir! Siehste? Ist doch easy! LOL! Mein Motorrad fällt runter! Nimm doch nicht das Kaputte! Das hier! Ey! Mann! Ich hab den Punkt! Wir ziehen jetzt Cap ab! Nein! Mann! Ich hab den Punkt! Mann! Ich hätte... Ey, wie man da runterfallen kann, ne? Wieso schade sagst du? Jetzt mag ich an dieser Stelle schon wieder! Ich mag hier schon wieder! Ich kann nichts machen! Ja! Du musst einfach da schön drehen! Du hast sowas von verdient, Alter! Du hast... Wenn es einer verdient hat, dann der Mabossa! Aber da hab ich auch gepackt, Marvin! Du kannst da, wenn du an der Seite fährst, dich an der Kante wieder hochziehen! Das geht! Das hab ich auch gemacht! Was soll ich dich jetzt runter? Ich hasse das, wenn diese Punkte alle so weit auseinander sind, sodass man, wenn man einmal irgendwo Pech hat, alles immer neu machen muss! Ah! Ich glaube, Cap hole ich nicht mehr ein! Oh! Nein! So, Junge! Och, Mann! Das wär doch so geil gewesen! Schade! Ah! Ich fahr'n auch ins Jahr! Oh! Was war das denn? Oh, mein Gott! Man! So ein Holzmichel, Alter! Wirklich! Richtig super auf, Alter! Lena mit dem Knife unter Wasser. Das hab ich so an Haft mit der Mother erinnert! Freundschaft beendet. Wieso ey? Richtig dreist. Und das ist die Frage, machen wir jetzt noch ne... Was machen wir? Ne kleine, machen wir noch. Ne kleine dritte Map sehen wir gleich und ja, wir sehen uns in einer Sekunde. Bis gleich. So, gucken wir mal, was das hier schönes wird. Und wir haben einen Spielen ausnahmsweise mal. Ne. Doch, ich hab den Error, please. Oh oh. Ist das ein Loser? Er hat nichts bestätigt. Ist das ein Holzball? Ey! Ey! Bleib ihnen stehen! Nach hinten! Hallo! Mann! Ey, seriously Cap, ich hab dich gesetzt und dann kickst du mich runter. Ja, Mann! Das ist was man verdient. Ich hab das verdient, aber... Was funktioniert das? Was, da ist schon das Ziel? Hä? Wie soll das gehen? Was ist das für ne Map? Jetzt muss man hier neulich fahren. Ja, ihr müsst mit Anschwung holen, ihr Muser! Hallo! Ey, das kann man niemals mit so vielen. Ey, ich hatte grad den Anschwung meines Lebens. Ne, mal werd ich runtergedrückt, ne? Wo ist jetzt dieses Ziel? Nein! Wenn einer von euch jetzt ins Ziel kommt, das wär so unverdient. Ich weiß gar nicht, wo das das blöde Ziel ist! Oh! Er ist ins da durchgesprungen! Ihr seid schon alle durch! Du bist auch schon im Ziel! Ins Ziel! Punkt! Land! Und verdient! Hä, was war das? Hä? Ich bin im Ziel! Ich bin im Ziel! Das tut doch unten! 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 Also, Marbossa hat's nicht geschafft! Nein! Däumchen nach oben für Marbossa! Wie schlecht, Marvin! Er schafft es noch, oder? Ne, Trottler! Er ist in falsche Richtung gesprungen! Warte, warte! Marbossa! Jaaa! 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 Das hab ich noch nicht bekommen! Ja, Leute! Das war das mit dieser Folge! Wenn ihr die drei Maps selber spielen wollt, links zu den Losers unten in der Beschreibung! Der Marvin hat die rausgesucht, dort findet ihr die Download-Links! Ansonsten, der Dane hat auch aufgenommen, dort gerne auch vorbeischauen! Link auch in der Beschreibung! Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder in einigen Tagen, in einigen Stunden! Macht's gut, bleibt geil und bis dann! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!